Willkommen zurück hier bei Killzone Shadowfall Wir sind noch auf der Flucht, wir müssen Achtung, meine Güte Wir müssen Unbedingt Unbedingt von hier verschwinden Angriffstrohnen Aha Kann man sie so zerstören? Ich gebe alles drauf Aber noch eine Granate habe ich nicht Okay, das war es dann wohl Scheiße Jedes Mal einfach anfangen Mit einem Tod Das ist das, was das Herz begehrt Wo ist die Maschine? Da unten Sie sieht mich nicht Geh mal hier hin Okay, sie sieht mich nicht Das ist gut, das ist gut So ausrüsten Im Moment zumindest Ah Das ist noch ein Adrenalinpack Ja Und vorhin wolltest du nicht schießen Oder was? Ich muss jetzt warten, bis der Roboter hier hinkommt Und da stehen bleibt Wieso ist das Licht so hell? Man sieht nichts Hallo Das war dumm Ich gehe jetzt einfach weiter Direkt vor ihnen ist ein Aufzug Wo? Ah, da unten Ich glaube, das wird aber nicht so leicht Diesen Aufzug zu Obwohl Irgendwas wird schon Schon noch passieren Da Moment Ich höre etwas überführend Ja Mehrere Einsatzteams unterwegs auf diese Ebene Entdeckung Scheiße Wer hat mich gesehen? Geht das überhaupt? Oh Mann Und jetzt Finden sie Äh Aus New Hell Dann raus Nein Oh, diese Maschine Hallo Hallo Wieso trifft sie mich? Huh Weg Hier Ich hoffe, sie kommt genau dahin, weil ich sie will Hallo Hallo Ich bin hier Alter, wieso triffst du mich? Schieß das Ding ab Schieß das Ding ab Nein Nein Gute Arbeit, Kellen Sie ist zerstört Komm schon, jetzt musst du hier nach oben kommen Und dann schießen wir das Ding ab Und dann schießen wir das Ding endlich runter Und dann schießen wir das Ding ab Komm schon Komm schon Wo ist der Roboter jetzt? Wo ist der Roboter jetzt? Da hinten Komm schon, Robby Komm schon Komm schon, Mr. Robocop Noch ein kleines Stückchen nach vorne und dann kriegen wir dich dran Jetzt oder nie Schaff Schaff Yes Super Haben wir ein Problem weniger Da bin ich auch schon froh drum Aber das habe ich noch nicht begriffen, wieso ich das aktivieren muss Irgendwie Direkt vor Ihnen ist ein Aufzug Also was sind denn das für Lampen? Die sind so in Okay Äh So Ja So, jetzt Zutief verschaffen Moment Ich bin weg hier Das wissen wir ja schon Das wissen wir ja schon Eco einsetzen Das Gute ist Sie wissen nicht, wo ich bin Das Schlechte ist Sie bleiben Ich glaube, die bleiben dort stehen Trägt ballistischen Schild Kurz ist dann so Veraufständiger Soldat Angriff Erledigen Sie ihn Ziel getötet Die bemerken die Leiche nicht Wir haben hier einen Mann verloren Ziel angewiesen Na, noch einer übrig Das war's dann Oh, die Mutter wird wütend sein Auf dich Kleine Das wird Mama Visari nicht freuen Ah Ich wollte Das war ein Zufall, dass ich so rausgerannt bin Soldaten da Frage Nein, ich Ist das denn die Mauer? Ich glaube, ich bin wirklich auf dem Weg hinaus Wieso sind Ist hier alles leer? Komm, Geburtseite Komm, Geburtseite Anschauen Wie sieht das denn aus? Sieht aber geil gezeichnet aus Muss man sagen Sieht sehr geil aus Ist hier drinnen auch noch was? Lieber nachschauen Nee Okay Ja, dann gehen wir wieder Ah, hier Zutritt verschaffen Hm? Das geht noch alles hin Das ist weg Wird sie ihre Seite überzeugen abzuwarten oder nicht? Sehen sie über die Mauer Unsere Stadt schwelt noch Ich hab es gesagt Schieben sie die Schuld ruhig auf die Black Hand Weg da will keine Wahrheit Es will Gerechtigkeit Zu welchem Preis? Sie standen nie vor der Vernichtung Wir schon Glauben sie mir Das ist es nicht wert Leute wie wir Das nicht zu entscheiden Wieso? Wieso lassen wir das andere für uns tun? Wieso dürfen sie uns wegwerfen? Unsere Leben bedeuten ihnen nichts Interessant Aber Kellen Bitte mach keinen Scheiß Und entscheide dich für das Richtige Ja, sieht sicher aus Da kann ich frei rumrennen Und ich bin so ohnehin So gut wie Auf meiner Seite Ah Tada Spinni Ah, da hinten muss ich hin Überladen Dankeschön Ich glaube die Steuerung ist kaputt Glaube ich zumindest Verdammt Meine Tarnladung ist aufgebraucht Ich werde den Kontrollraum ohne sie erreichen müssen Wir treffen uns bei der Transitverladung Und schießen sie nur auf markierte Ziele Sonst jagen uns bald alle Einheiten Okay Ah, ich habe auch kein Echo mehr Ach, die Mauer ist nicht mehr weit Boah Hellgast Schiffe Ist das ein Exoskelett? Ne, das sind diese Dinge Ah, da ist sie Hallo Ah Dankeschön Sie ist auch ein Assassin Was muss ich? Feuer einstellen Da kommen Teams rein Sie werden von Angriffsdosen eskultiert Nicht angreifen In der Nähe sind unterstützende Teams Der einzige Weg hierdurch ist der Rett auf einem Container Okay 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 Was geschieht jetzt? Down Who's next? Immer schön nachladen Sieht aus, als würden sie sich aufteilen Wo überhaupt? Ich sehe sie nicht Auf der Gangway sind eine Kamera und zwei Wachen Schalten Sie sie aus Okay Kamera weg Wache weg Zweite Wache weg Ausgeschaltet Ich muss rüber zu diesen Kontrollen Ah, da ist sie Ich habe eine Wache im Turm gesehen Erledigen Sie sie, bevor sie mich entdeckt Wo ist der Turm? Dort Down Nachladen Ich glaube, das können wir schaffen Ich bin Ich bin bei der Steuerung Ich schicke einen Container zu Diese Sicherung fängt gerne mehr aus Bleibt der Kursschutz in der Erde Ich kann mich nicht bewegen Hm Oh, bitte nicht Während dem Fahren zu zielen Das ist echt schrecklich Mit dem Scharschützengewehr Ich will das nicht Hm Und rein da Zeitung Scheiße Okay Down Down So Weiter Ist das noch eine E-Tex-Drohne? Scheiß Ich kann den Container nicht abholen Er ist erledigt Schaffen wir es Was liegt denn da vorne Alles Fahrzeugs rum Wir halten unsere Heimat gern für das Paradies Erstaunlich, was man tut, um das zu schützen Wir sind Lügen, Kel Vektaner lassen sich leicht blend Wir leiden hier unter einem anderen Problem Wir sind verzweifelt Umgeben von Chaos und Gewalt Wir sind nicht blind, das wissen wir Wir kennen die Wahrheit Sagen sie mir Wer von uns ist frei? Sind wir nicht beide Sklaven? Ich tue es Ich bitte sie um Zurückhaltung Mehr will ich Interessant Bald zurück in Vektor Puh Und Darf ich mich jetzt wieder bewegen? Nicht schlecht geschossen Aber jetzt brauche ich mein Gewehr Bitteschön Danke Sie sagten, Sie wollten Massa töten Stehen Sie dazu? Sonst würde ich nicht mehr glücklich Ihnen ging es nicht anders Los, wir sind bald da Und weg ist sie Ich muss rüber zu dem Kontrollturm Versuchen Sie irgendwie das Sicherheitssystem zu deaktivieren Vielleicht ist hier irgendwo eine Spinnenmine Hilfen Sie mir, bis ich in Position bin Okay, da muss ich irgendwie durch Aber das Ganze machen wir In der nächsten Folge Ich bin bereit Markieren Sie Ihre Ziele Ich bin gleich soweit Aber erst in der nächsten Folge Ich danke fürs Zuschauen Und bis dann Tschüss Tschüss